Mein Name ist Robert Kleine. Am Kölner Dom wirke ich und arbeite ich als Domdechhand. Ich bin verantwortlich für Liturgie und auch für die Musik und bin geistlicher an der Domsing-Schule. Und damit hat auch der Advent zu tun, denn er beginnt für mich mit einem Gottesdienst am Vorabend des ersten Adventssonntags. Die sogenannte Lichtermesse mit den Kommunikindern der Domsing-Schule. Und da wird auch zum ersten Mal der Adventskranz gesegnet und dann die erste Kerze entzündet. Dann ist wirklich für mich Advent. Dann werden die Adventslieder gesungen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Im abgedunkelten Dom die eine Kerze am Adventskranz.